Ja, liebe YouTube-Freunde, was wird beim Bauer Hause gearbeitet? Ja, heute sind zwei Profis bei mir am Werk. Und zwar ist das der Maik, der setzt mir da Steine, und zwar hat sie Steine. Und der Simon, der hilft da auch mit. Diese Steine haben wir aus dem alten Pferdestall rausgerissen und das gibt jetzt einen Garten-Sitzplatz. Ja, und auf Hochdeutsch sagt man diesen Steinen Katzenköpfe. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017